einen guten mittwoch der 28 september wünscht euch der bauer hausi herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist der regen hat ein problem innen verrostet die halterung für grillrost ist alles nur noch papier nicht mehr reisen muss er neuer werden ja und die nomad liebt die pommes auch heute mittag gibt es pommes frites und wenn sie fast fertig sind gebacken nehme ich da zwei drei raus lassen die kalt werden und die nomad liebt die die regenwetter arbeit die fachöperatur hochplatten und eine neue hin und am motor wird auch leistig gearbeitet und mittwoch abend kein holz gehackt alles andere gemacht in der werkstatt waren wir tätig und der hausi hat eine neue regenjacke bekommen gerade rechtzeitig und von wo ist die wohl von wo ja und die nummer schwelst da alles ha 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 die das geschw synchronous